Musik Kommen Sie mit auf die Mindshift 3 von TUI Cruises und entdecken die Schönheit beliebter Destinationen. Erkunden Sie malerische Hafenstädte und staunen Sie über einzigartige Naturwunder der Welt. Für einen aktiven Start in den Tag sorgen Bewegungskurse an Deck und ein großes Fitnesscenter. Nutzen Sie die Zeit an Bord, um sich eine wohltuende Spa-Anwendung zu gönnen oder durch verführerische Geschäfte zu schlendern. Hell, freundlich und komfortabel. Die große Vielfalt an Kabinen und Suiten macht es leicht, sich auf See zu Hause zu fühlen. Familien, Paare und Alleinreisende finden gleichermaßen ihren perfekten privaten Rückzugsraum. Erlesende Weine bieten die passende Begleitung von erstklassigen Menüs. Kulinarische Freuden in bester Gesellschaft. Genießen Sie verführerische Köstlichkeiten und Cocktails in ungezwungener Wohlfühlatmosphäre. Beschließen Sie den Abend im großen Theater bei mitreisenden Bühnenshows. Dem prächtigen Sonnenuntergang folgt bald ein neuer herrlicher Urlaubstag auf der Mindshift 3.